Daneben geschossen. Na ja, er hat ja nur noch 50% Leben. Der Son, du bist auf mich fixiert, ist doch gut. Naja, manchmal... Ne, wir machen schon was. Diesmal habe ich keinen Schaden bekommen, obwohl ich zwischen Fuß und Schwanz stand. Aber da war ein Packangriff, ne? Der kann nämlich noch packen. Der Son, du bist auf mich fixiert. Warum nimmer schon weg ist? Entweder geht er in Luft oder er macht was und dann kannst du dich da immer nur drehen. Ich hab immer sehr viel Schlecht erfahren. Ha, in der Luft. Dann muss ich dich mal rufen, damit ich hier auch das habe. Und damit ich auch mal endlich an meine Leiche komme und was nicht alles. Oh da, ja. Was hast... Was hast du jetzt? Drop bekommen? Heimkehrschlochen. Ich glaube, das ist das Lass. Dann... Ähm... ...Doppelmenschutzheiz und halt Schliebe sehen. Und den Schlüssel sehen wir. Ja, und du musst jetzt zurückkommen. Und ich hab ja die Abkürzung noch nicht. Ach ja, genau. Lol. Und an der einen Stelle kommt eine Ratte aus der Kiste gesprungen. Die Kiste... Die Ratte habe ich schon getötet. Aber jetzt die Kiste... Die Kiste war wieder da und da ist eine Ratte rausgeplatzt. Aber die war ja schon tot, die raus platzte. 31. Aber ich hab ja auch noch 16.000 jetzt und mindestens 28.000 bei meiner Leiche. Ach, ich weiß, wo ich grad bin. Scheiße. Ich bin da, wo der Magier war. Aber der Magier ist nicht bei mir. Bei mir sind nur Ratten. Ja, aber da war ich ja bei dir im Spiel. Doch, da ist der Magier. Steht nur woanders. Oh, noch eine Ratte aus einer Kiste. Scheiße. Lauf! Ja, ich weiß. Und da bin ich auch vergiftet. Und mich hat fast beim hochlaufenden Eisstrahl getroffen, der mich fast getötet hätte. Aber das Gift nervt mich gerade ein bisschen mehr. Ah, ich hab eine Menschlichkeit bekommen. Zwei noch. Das ist zu weit weg. Ah, verdammte Scheiße. Aber auch. Statt dem Magier direkt in den Rücken anzugreifen, was mach ich? Ich trinke einen Trank. Ah, verdammte Scheiße. Ich hab einen Stein umgelegt, ja? Direkt um bei der... Ja, scheiße. Ich sollte es auch unbedingt rufen, sonst sterbe ich gerade. Ich kann mir teilen. Fuck. Hier ist auch nichts. Ich muss zurücklaufen, Lars. Sonst sterbe ich am Gift. Ja, lauf. Ja, lauf. Ich dachte, wir sind langlaufen, ne? Hat auch nur so viel. Gleich ein Schild voran. Ne, hier ist ja alles tot. Scheiße. Gleich die Treppen hoch? Da bin ich schon. Nein. Ah, fuck. Jetzt sterbe ich echt am Gift. Ah, nein. Und nur, weil ich den Magier... Weil ich da meinen letzten Trank getrunken habe. Jetzt sind 28.000 Erfahrungen weg. So. Ich hab mir mein... mein Stein mal hier hin. In meinem Lagerfeuer. Na, warte. Ich benutze mein letztes Mensch, ich halt. Genau. Ach da, du kannst sogar in dem Lagerfeuerraum, oder was? Ne, das denn ist das. Das bist nicht du. Stimmt, ne, das hab ich ja nicht, weil das ist ja sinnlos, ne? Weil hier die irgendeine Warte kommt, sonst hier hinten. Mach das. Ey, scheiß. 28.000 plus die 17.000, die ich ja jetzt mit dir und dem Bosskampf schon wieder hatte. 45.000. Ach so, ja. Aber trotzdem, ich hatte in meiner ersten Leiche aber auch 16 Menschlichkeit. Ich seh noch nichts. Jetzt kommt was. Ich bin schon runtergerannt. Ich bin schon runtergerannt. runter. Ja, ja. Also ne, runter. Die Abkürzung hab ich ja noch nicht. Ey, vor allem dann war ich ja sogar fast am Lagerfeuer. Hätte ich echt nur den Trank beim Magier nicht trinken dürfen, dann hätte ich's hoch geschafft. Ne, das ärgert mich. Ne, das ärgert mich. Da kamen sogar zwei raus. Okay, das erklärt einiges. Und da war glaub ich nichts. Das Vieh in der Ecke hab ich noch geholt. Genau. Ach, das ist ja sogar die Stelle, wo der Boss kam. Hoch. Wo sind wir denn jetzt? Und was macht die Ratte da? Ist das der Weg, der zur Ratte, zur Dings führt? Ich glaub das, ich, ja scheiße, dann ist das auch mal nur, dann ist das alles beieinander. Genau, hier ist der Schleim. Dann ist das genau der Weg, der zur Ratte geht. Der Großen. Ich bin da lang gegangen, wo die Klippe war. Das Wasser, was runter lief. Ne, ich bin drüber gesprungen. Hä? Was hab ich denn gerade gemacht? Jetzt bin ich wieder bei der, da geht's zu dem Dings, ja? Ach so, ja den Gang, dass es hier rechts runter geht, hab ich gar nicht gesehen. Ich spring runter. Ja, ich merk schon. Hm, ne, ich bin runter gesprungen. Aber es hat nicht so viel Schaden gemacht. Das runterfallen. . Also die Kräste, den wir mit dem Dings parlé haben. Lecker. Ich weiß ja schon mal. Ja, ich habe nur einen dünnen, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die Kräste schadern, woher ich auch nicht was. Ich nehme die Kräste, was ich abstehe. Doch, hier war ich schon mal. Ach genau, bei Kirk. Ah, dann sind wir, glaube ich, auf der falschen Seite. Bei Kirk ging die drüben lang, glaube ich. Ach so, deswegen Flugfrosch. Bist du runtergesprungen? Ah, ich bin auch runtergefallen. Das ist hier die Stelle, wo ich den Ring hatte. So, der ist auch tot. Ja, da geht's nicht lang. Wir müssen hier lang. Ja, da geht's nicht lang. Die Tür land ist weg. Entschuldigen wir. Keiner hat sogar Menschlichkeit getroppt. Ich habe kein Item bekommen. Hast du doch, ich kann ihn plündern. Aber ich habe nur ein Menschlichkeit erhalten. Aber eins, das er auch gleich benutzt hat. Jetzt sind wir trotzdem nicht? Achso, da sind wir dran vorbei, ja. Ach ja, war das genau. Na, ich hoffe doch. Oh nein, sie geht nicht auf. Ich habe nicht auf die Gauke. Ja, bitte. Bei mir hat er gar keinen Namen. Domhall von Szenen. Tets und Kuriositäten. Achso. Bodenlose Kiste. Soll man die kaufen? Wie gesagt, wie so eine Art Lager denn bei den Lagerfeuern. Kristall Großschwert. Macht aber auch minus 67. Wie gesagt, Ausrüstung. 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 Die Parameter wahrscheinlich nicht. Wenn man einmal so ein Pack Pfeile kauft, wie viel kriegt man dann? Ein Pfeil pro Seele. Achso. Bei Rüstungen sieht man nicht, was man selber hat, ja. Ich muss aber Bolzen kaufen, wenn ich eine Armbrust habe, ja. Na ja, drei. Schwere Bolzen hol ich. Achso, dann sollte ich erst mal gucken, ob ich sie ausrüsten kann. Okay. Ähm, Start. Ja, hör auf zu labern. Och. Ich habe eine leichte Armbrust mit 50 Schaden. Was hast du? Die Armbrust ist 14 stärker, 80. Was? 14 stärker. Und 8. Äh, ich kriege. Wo steht denn das? Ich soll es mal haben. Ach, 10 und 8 bei mir. Ja. Wie viel Schaden macht deine? Ach ja. Was meinst du? Ja. Schwere Armbrust. Ach so. Ach so. Dann kaufe ich mir trotzdem wenigstens mal so ein 20er Pack Bolzen. Ja. Ach so. Dann kaufe ich mir trotzdem wenigstens mal so ein 20er Pack Bolzen. Ja. So, das Spektakel nochmal. Ja, wollte ich unten machen. Hier ist nichts bei mir. Hab nen Trank getrunken. Schwere Ambrust. Er hat sich von allein gerufen. 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 Er hat sich von allein gerufen.